Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zack, so wir sind stehen geblieben hier hinten bei dieser Brücke. Wir wollen eigentlich, ja mit dem Link nach Dortmund, genau kommend aus Grafrath. Und irgendwie ist hier die Gleisbelegung irgendwie Käse. Wir schauen mal nochmal schnell. Was es übrigens auch gibt, danke an den ich spinne, eben den Kölner Hauptbahnhof. Den habe ich jetzt sogar geladen. Ich würde sagen, zu dem Thema kommen wir dann, wenn wir hier mitgefahren sind. Also jetzt, ich brauche mal einfach die Linie. Dankeschön. Und jetzt sehen wir hier, mhm, das ist halt irgendwie auf der falschen Seite das Ganze. Das müsste andersrum gehen. Das liegt aber glaube ich eben daran, dass wir hier vorne irgendwie keine Weiche haben oder irgendwie, ich muss nochmal schnell gucken, der geht dann irgendwie da lang. Dann macht er diesen hier, dann wird es ja eingleisig. Okay, warum auch immer. Kann er das nicht einfach drehen? Wenn wir hier irgendwie eine X-Weiche machen. Oder ich mache mal hier generell eine Weiche. Habe ich das nicht eh schon versucht? Oder habe ich nicht eh schon eine Weiche gemacht? Von hier hier rüber. Ich mache hier mal eine X-Weiche hin. Mal gucken, was passiert. Da bin ich jetzt selber gespannt. Aber nicht mit 15 kmh Gleis. Herr Eisenberg, Finger weg von den Teilen. So, einmal den hier. Würde gehen. Einmal diesen hier. Da wird irgendwas gerechnet. Moment, nee, nicht trotzdem bauen. Bauen wir einfach so. Geht nicht. Moment. Von hier kommend. Da geht es. Ja, ändert jetzt hier noch nichts. Aber er könnte jetzt theoretisch. Oder hat es was geändert? Moment. Nochmal die Linie aufrufen. Einmal runter gehen. Nö, ist immer noch munpitzig. Ist immer noch falsch rum. Er biegt da einfach früher ab und wird ein bisschen früher eingleisig. Das ist ja auch nicht die Idee. Gut. Dann nehmen wir das wieder weg. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Kann ich das hier einfach nur abreißen? Bitteschön. Zack. Einmal so. Jo. Das hat sogar geklappt. Wunderbar. Jetzt müssen wir es anders haben. Jetzt brauche ich aber mal die Linie nochmal. Zum dritten Mal. Moment. Einmal den. Einmal diesen. Mit Wegpunkten wäre es eine Möglichkeit. Ich weiss nicht, ob das funktioniert. Oder ich hatte doch eine andere Idee. Ah, genau. Jetzt weiss ich wieder was. Wenn wir hier reingehen. Mit den Gleisen. Ich grab das mal ganz schnell. Dass wir die Weiche weg haben. Einmal weg. Bau nicht möglich. Ich möchte ja nicht bauen. Ich möchte ja abreißen. Lass mich hier das mal abreißen. Jetzt kann ich das nicht abreißen. Ist das denn wahr? Warum geht das denn nicht? Okay. Machen wir das auch noch weg. Machen wir das noch weg. Bauen das nochmal. Einmal hier lang. Das Gleis ist das Richtige. Ne. Moment. Das muss aber. Warum geht das da rein? Okay. Und dann geht das hier so hier rein? Mhm. Ne. Das soll es ja eben nicht. Moment. Das ist ja eben genau falsch. Äh. Wir machen es anders. So. Und zwar von hier kommend. Da rein. Funktioniert das so? Ja. Wenn man es richtig macht. Wahrscheinlich schon. Das tockt aber nicht an. Warum tockt denn das jetzt wieder nicht an? Oder Moment. Jetzt sind wir hier. Wie ist denn das gedacht hier mit zweigleisig? Tockt das hier an? Das dockt hier an. Und dann ist es hier eingleisig runter. Da wird es dann irgendwie zweigleisig. Das ist jetzt gerade ein bisschen gespenstisch. Machen wir es mal so. Ne. Ich wollte es eigentlich tatsächlich anders haben. Dahingehend. Dass wir hier vorne reingehen. Ich mache das mal. Dass wir eben dann den Zug sozusagen zwingen. Dass er eben hier rein fährt. Mal schauen ob das funktioniert. Da ist wieder irgendeine Steigung. Die dem Spiel nicht gefällt. Wir könnten trotzdem bauen. Ist mir klar. Aber würde ich jetzt lassen. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Komm. Irgendwie kommen wir doch hier raus. Ja. Ne. Doch nicht. Steigung zu groß. Jetzt geht es. Gibt das hier. Das gibt eine Mumpitzweiche. Das lassen wir schön. Weil Mumpitzweichen wollen wir nicht. Aber wieso ist denn hier die Steigung zu groß? Verstehe ich tatsächlich nicht. Weil das Gleis hier. Ist ja auch gebaut worden. Also das hier. Und da ist die Steigung interessanterweise dann nicht zu groß. Das geht so nicht. Wisst ihr was? Dann lassen wir es und versuchen das tatsächlich. Würde ich vorschlagen. Jetzt habe ich es hier auseinander geklöppelt. Jetzt weiss ich nicht mehr wie das zusammen gehört. Das kriege ich aber irgendwie wieder hin. Mal hier vorne lang düsen. Und dann dort irgendwie rein. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Wir versuchen es mal mit Wegpunkten. Würde ich vorschlagen. Geht das so. Dass ich hier raus komme. Krümmung zu groß. Sag mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier aus dem Gleis raus. Ich mache jetzt einfach mal trotzdem bauen. Hilft ja nichts. Weil ich möchte sehen wie das jetzt aussieht. Wenn ich das hier klöpple. Trotzdem bauen. Dankeschön. Dann haben wir hier. Jetzt habe ich die Lide wieder weg. Halleluja. Man reiche mir mein L. Da ist es. Das L. Immer noch falsch rum. Okay. Ich versuche es mal mit Wegpunkten. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Eigentlich können wir da auf Play gehen. Das müsste wieder passen. Sonst hätten wir hier eh eine Fehlermeldung. Wegpunkt. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Ja doch. Das könnte natürlich schon sein. Dass das funktioniert. Halt. Jetzt wird glaube ich drüber gescrollt. Hier. Die brauche ich. Wir wollen einerseits ihn hier. Das ist sogar richtig. Und dann hätten wir ihn aber gerne auf dem Rückweg eben hier. Dass er dieses Gleis nutzt. Mal schnell die Linie schnappen. Ja gut. Jetzt haben wir hier schon Wegpunkte. Grafrad liegt hinter uns. Das wäre wahrscheinlich nach diesem Zabakuk Wegpunkt. Ich versuche es mal. Wir sehen es. In die Richtung stimmt es ja. Da sollte sich nichts ändern. Gut. Dann. Nach dem Zentralbahnhof vor Zabakuk. Wäre dann hier lang. Mach mal. Ja. Dann haben wir es. Dann passt es. Okay. Jetzt nur die Linie nochmal. Irgendwie diesen hier. Geht nach hier vorne. Ja. Guck mal. Jetzt macht die Linie genau das was er soll. Dass es hier dann eingleisig wird. Das wissen wir. Das ist aber auch okay. Jetzt hier nochmal gucken. Völlig okay. Hier oben ist zweigleisig. Passt. Äh. Signal technisch. Wir kommen hier nicht in ein fremdes Gleis an. Das passt eigentlich auch. Ja. Das ist okay. Keine Fehlermeldung. Das heisst das funktioniert. Gut. Ja. Dann hätten wir es doch soweit. Signale habe ich hier gesetzt. Irgendwie nicht. Irgendwie sind hier keine Signale. Hier ist es eingleisig. Hier wird es zweigleisig. Hier habe ich glaube ich ein Signal gemacht. Jawohl. Achso. Wir haben natürlich eben. Wir haben ja gesehen. Dass das hier nicht stimmt. Da hätte jetzt eine Signalsetzung. Äh. So viel Sinn tatsächlich nicht gemacht. Das ist natürlich auch klar. Äh. Wir gucken mal. Wir nehmen irgendwie so eins. Wenn es funktioniert. Genau die falsche Seite. Halleluja. So funktioniert. Schnell gucken. Hier aus dem Bahnhof raus. Da haben wir hier ein Signal. Okay. Hier fehlt halt im Prinzip ein Block. Wenn man es genau nimmt. Aber den haben wir schnell gesetzt. Wenn ich es denn hinkriege. Einmal so. Und einmal hier rüber. Machen wir hier noch ein Signal hin. Dankeschön. Hier runter. Dann haben wir hier was. Hier vorne was. Da könnte man hier doch nochmal einen Block machen. Äh. Einmal so. Einmal so. In die Richtung. Und da haben wir eh Signale. Haben wir. Weil hier nach der Brücke ist ein Feierabend. Beziehungsweise auf der Brücke können wir keine Signale setzen. Gut. In die Richtung haben wir es auch. Das passt. Dann können wir das Teil sogar beschriften. Ich würde da mal vorschlagen. Wir. Nehmen wir schnell das L. Und gucken. Was wir an Regios haben. Das ist so eine Regio. Bei der 16 sind wir wohl stehen geblieben. In dem Fall. Okay. Dann wäre das hier die Regio 16. Da lasse ich den Zug mal weg. Dass wir jetzt den Lied nehmen. Regio 16. Von. Äh. Wir haben immer zuerst. Genau. Wenn wir zum Zentralbahnhof gingen. Dann haben wir zuerst. Ja. Tatsächlich. Äh. Ja. Die Stadt Grafrath. Also. Herr Heisenberg. Schreiben Sie es richtig. Graf. Grafrath. Stimmt das jetzt so? Grafrath. Okay. Zum Zentralbahnhof. Zum Zentralbahnhof. Halleluja. Haben wir es hingekriegt. Das müsste stimmen. Gut. Enter noch drücken. Sonst wird das nicht übernommen. Dann düsen wir nach Grafrath. Und schauen. Ja. Dass wir den Zug kaufen. Logischerweise. Dann werden wir mitfahren. Das heisst. Ich kann die Linie eigentlich schliessen. Wir müssen schauen. Wir haben hier ein Depot. Das führt uns hier in die Gleise rein. Das ist schon mal perfekt. Ja. Dann suchen wir mal den Zug. Sollte eigentlich zu finden sein. Fahrzeug kaufen. Wenn ich hier mal Lindt eingebe. Müssen wir ihn doch haben. Da ist er auch. Glaube ich. Ist das der richtige? DBBR. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Moment. Ich kann natürlich das Ganze auch so machen. Wie heisst das? Alsdom. Stimmt das? Alsdom. Kanadier. Concordia. Wir haben den Zug. Ich habe eigentlich geguckt. Alsdom. Das müsste schon er sein. Dann ist das hier der neue. 75 Cent im Teinsteig. So wie die DBBR 648. Ist schon der neue in dem Fall. Alsdom. Concordia Lindt. Ja. Das müsste es sein. Okay. Hier haben wir auch nochmal was. Das ist aber was anderes. Okay. Den kaufen. Ja. Gerne. Machen wir doch glatt eine Dreifachtraktion. Einmal. Dann machen wir eine Vierfachtraktion. Einmal. Das ist eine längere Strecke. Und dann gibt es noch eine schicke, kurze Zwei-Fachtraktion. Dann haben wir drei Züge. Das müsste eigentlich passen. Gut. Zuweisen. Linie. Da haben wir so. Grafrad Zentralbahnhof. Da hat es einmal diesen. Wir hören einen Pluppen. Jetzt bin ich gespannt. Weil ich habe gelesen. Ihr habt in die Kommentare geschrieben. Dass der sehr schön gemacht ist. Der Zug tatsächlich auch vom Innenleben her. Von außen schon mal sehr nett. Typ. Genau. Und von innen. Gleich mal gucken. Regio 16 Grafrad Zentralbahnhof. Ist schon mal richtig angeschrieben. Oh ja. Okay. Der sieht tatsächlich stark aus hier. Das sieht man. Wenn ich es dann richtig hinkriege. Sorry. Wir sind auf einer Brücke. Das ist natürlich scharf aufgelöst. Und. Wow. Guck mal. Das ist ja wirklich der Hammer. Das ist vielleicht eines der schönsten. Einer der schönsten Führerstände. Die wir tatsächlich haben. Wie cool ist das denn? Okay. Gucken wir mal hier hinten. Auch der Wagen selber. Sehr nett tatsächlich. Wir sind ein bisschen schnell unterwegs. Gefällt mir nicht. Ist aber okay. Ja. Sehr nett. Sehr netter Zug. Schön. Dann haben wir den auch. Ich würde den gerne mal noch gesamthaft sehen. Von außen. Ja. Regio 2. Cooles Teil. Danke für den Tipp. Weil ich hätte den fast nicht runtergeladen. Weil ich dachte. Ich hätte den schon. Irgendwie in einer veränderten Version. Oder in einer anderen Version. Und dann als ich den Kommentar halt gelesen habe. Habe ich dann relativ schnell gedacht. Wow. Okay. Oh. Jetzt steht aber das Bild. Äh. Transportfieber. Bist du noch da? Nein. Jetzt aber nicht abstürzen. Das ist eine ganz neue Mod. Da sollte nichts passieren. Oh. Irgendwie passieren hier gerade merkwürdige Dinge. Spiel. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Sage ich mal so. Hm. Jo. Da bin ich wieder. Irgendwie. Ähm. Ja. Ihr habt es gesehen. Abgestürzt. Das Spiel. Also. Ich weiss nicht. Liegt das am Lind. Oder liegt es vielleicht sogar am Hochbahnhof. Den wir dort haben. Keine Ahnung. Ich würde sagen. Dann machen wir aber was anderes. Weil. Ja. Es dauert halt immer Momente. Bis ich das Spiel gestartet habe. Mit den vielen Mods natürlich. Äh. Und das wirft dann doch mein Zeitplan. Ein bisschen durch einander. Hehe. Wenn das Ding abstürzt. Wir gucken mal. Ich würde aber trotzdem gerne irgendwie sowas in der Richtung haben. Irgendwie so. Ja. Ein Mireo. Äh. Haben wir glaube ich auch schon. Oh. Kollege Turbo haben wir natürlich noch nicht. Das ist doch auch eine Idee. Äh. Wenn ich ihn finde. Ist er hier dabei? Wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist sowas ähnliches. RABD. Auch ein schöner Zug eigentlich. Finde ich den, wenn ich das hier irgendwie so mache. Turbo. Ja. Da ist er doch. Da ist doch mein Turbo. GTW 2.6. Wollen wir mal. Ja. Da dürfen wir gerne noch so einen hinten ran. Und nochmal so einen. Kaufen. Dann hätten wir gerne das Ganze noch so. Und auch hier machen wir drei Züge. Da machen wir sogar. Moment. Dass wir einmal noch die ganz lange Variante haben. Die 161 Meter. Zuweisen. Nochmal die Linie 16. Warum habe ich denn hier. Was ist das denn? Ist da irgendwie ein Durcheinander? Die 16 ist Grafrath. Äh. Zum Zentralbahnhof. Wir haben aber schon eine Region 17. Das muss ich mir auch mal nochmal irgendwann ansehen. Aber jetzt muss ich den Zug erst mal auf die richtige Linie kriegen. Das wäre dann schon das Teil hier. Ja. Wenn wir jetzt natürlich. Moment. Ich gehe mal auf Play. Wenn wir jetzt natürlich sehen. Sehen würden. Dass das Spiel wieder abstürzt. Dann liegt es tatsächlich nicht am Zug. Dann könnten wir den Linie trotzdem nehmen. Aber dann müssen wir uns halt überlegen. Was machen wir denn jetzt mit dem Bahnhof da hinten? Weil dann hat der irgendwie eine Macke. Ich weiss es tatsächlich nicht. Wir werden es gleich wissen. Und der Turbo hat natürlich meinen Standard Heimzug sozusagen. Der fährt hier. Da wo ich wohne. Die ganze Zeit immer noch rum. Sehe ich immer wenn ich vor der Bahnschranke stehe. Gut. Also. Ich würde sagen wir steigen mal ein. Ich hoffe jetzt wirklich. Dass wir nicht nochmal irgendwie ein Problem haben. Aber ich glaube es nicht. Also der Turbo selber. Der funktioniert. Hat aber keine Hupe. Das ist natürlich wieder schade. Ich mag es halt schon. Wenn die Teile hupen. Äh. Vielleicht nicht so gucken. Wie wir gerade geguckt haben. Wobei. Das müsste eigentlich auch keine Rolle spielen. Wenn man es genau nimmt. Wir fahren mal so mit. Kurz. Und steigen dann um. Und danach kann ich ja tatsächlich schon mal sagen. Äh. Wir bauen eine neue Stadt. Und zwar nicht. Weil wir die jetzt unbedingt noch brauchen würden. Eigentlich schon. Klar. Halt. Nochmal rauf. Sondern. Primär wirklich auch wegen dem Kölner Hauptbahnhof. den es als neue Mod gibt. Müsstet ihr mal bei Discord gucken. Falls ihr diesen Bahnhof auch möchtet. Auf unserem Discord. Den Link dazu. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Da habt ihr eine Spinne unter Transportfever 2 Mods. Unter dem Reiter sozusagen. Äh. Den findet ihr. Ist halt schon auch ein schöner Zug. Klar. Eben. Ich bin da natürlich ein bisschen befangen. Dahingehend. Ich kenne den. Der fährt mir immer vor der Nase rum. Wenn ich irgendwie an der Ampel. Äh. Nicht an der Ampel. An der Schranke stehe. Gut. Dann geniessen wir mal die Fahrt zum Zentralbahnhof. Ist eigentlich eine relativ schöne Strecke. Wie ich finde. Da bleiben wir für ein Momentchen gleich mal so. Hier. Vielleicht sehen wir schon ersten roten. Ja. Wie soll ich sagen. Handlungsbedarf. Der hat der Stand. Aber jetzt fährt er. Ne. Ne. Da sehen wir gar nichts. Das ist doch okay so. Und wir düsen natürlich jetzt noch den Bahnhof durch. Da wo wir neu gebaut haben. Bauen wir aber die Brücke rüber. Okay. Es ist schon eine brückenlastige Map. Aber ich weiss auch nicht. Ich mag das einfach tatsächlich mittlerweile extrem gerne. Dass wir Brücken haben. Brücken beleben die Anlage massiv. Finde ich. Das ist einfach etwas Schönes. Der Vorteil gegenüber dem Tunnel. Wir kennen es. Also. Wenn ihr hier regelmässig zuguckt. Wir sehen den Zug. Auf der Brücke. Oder die Züge. Das ist es tatsächlich. Während halt im Tunnel der Zug einfach verschwindet und weg ist. Da sehen wir den Zug nur, wenn wir mitfahren. Aber wir haben auch Tunnels. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt komplett Tunnel frei baue. Das wäre auch unrealistisch. Das möchte ich auch nicht. So ein Tunnel hat schon auch was. Ganz klar. Aber hier sehen wir schon. Es hat die eine oder andere Brücke auf der Map tatsächlich. Ich muss mich da wiederholen. Gut. Wir düsen nach. Ja nach Dortmund. Aber via. Zabakuk. Genau. Tag Kollege. Hier wird es schon viel gleisiger. Das heisst wir sind wahrscheinlich irgendwo vor Zabakuk nehme ich an. Geht das hier schon in den Bahnhof rein? Mal gucken. Ja. Da hinten ist die blaue Bogenbrücke. Das ist die Umfahrung. Tatsächlich die wir hier haben. Da hätten wir auch noch reingekonnt. Aber irgendwie das wäre glaube ich ein Umweg gewesen. Ne ne. Das ist schon okay so. Dass wir ja durch den Bahnhof durchfahren. Vor allem wir haben hier ja noch Gleise. Ah guck mal. Das haben wir neu gebaut. Genau mit der Steinbrücke. Und dann dass wir hier eben dann in dieses Gleis reinkommen. Was eben noch frei war. Ja da oben ist auch noch einer unterwegs. Wunderbar. Und hier steht schon der nächste Parag. Genau hier diese Brücke muss man auch neu machen. Da hatten wir Geländermurks. Das ging auch nicht anders. Und bei diesem Kölner Hauptbahnhof. Da ist irgendwie diese Gitterbogenbrücke noch dabei. Die habe ich aber vorher gesucht und nicht gefunden. Muss ich gestehen. Wir haben Brücken für den Kölner Bahnhof. Aber das sind so No-Pillar-Teile. Da ist das Ding nicht drauf. Aber wisst ihr was natürlich das Gute ist? Diese Brücke in Köln. Die da beim Bahnhof ist. Ich weiss jetzt nicht wie die heisst. Ich bin nicht Kölner. Gelle wüsste es wahrscheinlich. Ja wahrscheinlich ist es gut. Der wohnt ja da. Darf ich das sagen? Doch doch. Guck mal da unten. Das ist eine sehr sehr ähnliche Brücke. Also können wir beim Bahnhof dort einfach die verwenden denke. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir fahren jetzt erstmal hier noch in Ruhe mit. Und wir haben gesehen. Das Spiel ist nicht abgestürzt. Das heisst irgendetwas ist mit diesem Lindt, was sich nicht verträgt mit dem Bahnhof da. Leider. Schade. Aber vielleicht wird das mal noch gefixt. Dann können wir den Zug dann trotzdem noch nehmen. Weil wie gesagt, also das Innenleben von dem Zug, wir haben es ja gesehen. Das ist natürlich schon sehr sehr stark. Ja, definitiv. So, hier geht es. Ja, hier haben wir ja nicht neu gebaut. Hier haben wir Wegpunkte hinzugefügt. Damit wir hier vernünftig über die Brücke kommen mit Rechtsverkehr. Sehr schön. Und wir können sogar frei fahren. Da staune ich ein bisschen. Weil diese Brücke dann doch befahren ist. Aber dadurch, dass wir ja da acht Gleise haben, verteilt sich das natürlich auch alles. Ist auch klar. Da fährt ja nicht jeder. Also jetzt fahren nicht alle auf dem gleichen Gleis. Wäre ja noch schöner. Wenn wir schon acht Stück haben. Dann haben wir das natürlich entsprechend verteilt. Vorne in den Bahnhof rein. Auch das sollte, glaube ich, keine grosse Übung sein, hoffe ich. Wir haben noch einen Güterzug. Der hat wahrscheinlich auch die Umfahrung genutzt. Durch das eine Depot, durch das wir dort haben. Und jetzt haben wir es hier doch rot. Schau an. Okay, also die Zufahrt ist dann doch. Oh, da kommt noch ein ICE, da oben. Da ist der Sound halt schon wieder einfach nur cool. Ich würde sagen, wir drehen uns nochmal schnell. Dass wir hier nochmal kurz das Ganze so haben. Wenn da ja noch andere Züge daherkommen. Ich werde mich jetzt hüten, gross zu gucken. Weil ich weiss, die Strecke ist eingleisig zum Bahnhof rein. Und es ist kein freies Gleis. Das ist natürlich auch noch. Jetzt überlege ich aber gerade. Ne, das geht eben auch nicht. Ich gehe trotzdem mal schnell raus. Sorry. Wir sehen ja, wenn er... Okay, ich gehe wieder rein. Ich wollte schnell gucken, ob die Gleisbelegung Sinn macht. Aber das haben wir eigentlich geprüft. Die macht schon Sinn. So, hier geht es in die Röhre rein nachher. Ja, schön da oben der andere Zug. Der hier auch noch durchdüst. So, nochmal hier rauf. Das war jetzt aber schwungvoll. Das müsst ihr zugeben. Also, das war jetzt in einem Zug direkt hier aufs Dach rauf. In einem Zug, das kann man... Ja, in einem Zug aufs Dach rauf. Genau. Das kann man doppelt deuten. So, wo geht es lang geradeaus? Was ist denn das da noch rechts weg? Das geht dann da hinten rüber. Ach, das führt glaube ich tatsächlich zu dieser angesprochenen Umfahrung. Wo wir da beim Depot drin sind. Man könnte sich natürlich jetzt noch ein bisschen fragen, ob man das hier nicht vielleicht sogar auch noch zweigleisig nutzt. Zumindest bis nach hier vorn. Oder kommen wir dann dort wieder nicht mehr rüber. Ich schaue mir das noch ganz kurz an. Ich möchte dann aber, weil das ist dann wieder eine grössere Übung natürlich mit dem Bauen einer neuen Stadt. Mit dem Bahnhof drin. Und hier stehen ordentlich Leute. Wollen die zu uns? Äh, ich werde mich jetzt hier nicht ewig aufhalten, weil das Ganze funktioniert. Man sieht, der fährt. Aber wir müssen da schnell gucken, ob wir da nicht ein bisschen weiter noch kommen mit dem Zweigleisigen. Das wäre mir dann doch noch ein Anliegen. Jetzt bin ich gespannt. Da werden schon ein paar einsteigen. Aber nicht massiv viele, glaube ich. Oder täusche ich mich da? Wer möchte denn alles nach Grafrat? Okay. Oh, Huli. Ja, sag mal. Das Ding ist fast voll. Okay. Da habe ich die Nachfrage ein bisschen unterschätzt. Also aus Irrheim. Gut. Grafrat ist unsere grösste Stadt. Das habe ich natürlich vergessen. Stimmt. Das ist ja unsere einwohnerreichste Stadt. Dann ist fast klar, dass hier natürlich viele Leute zusteigen. Okay. Ich gehe mal schnell raus. Ich möchte hier nochmal die Linie haben. Das müsste doch machbar sein. Haben wir denn hier? Äh. Wo ist das denn? Wo fängt das an mit eingleisig? Im Prinzip hier. Wenn er hier noch lang fahren würde. Äh. Da kommt er hier nicht ins Gleis rein. Sehe ich das richtig? Gut. Die paar Meter könnte er eingleisig fahren. Das ist okay. Aber hier würde ich dann das Ganze gerne doch zweigleisig haben. Mal gucken. Ja. Und schon hat es funktioniert. Da haben wir eine Weiche vergessen. Ich gehe nochmal schnell hier raus. Ja. Genau. So macht das Sinn. Zumindest bis hier hin. Hier ist dann die Einfahrt zum Bahnhof. Das macht primär Sinn. Ganz klar. Da können die Züge freier fahren. Dann haben wir das. So. Dann würde ich vorschlagen. Lasst uns mal gucken. Wo haben wir noch Platz für ein Städtchen? Ich glaube ich sehe es schon. Ich würde mal behaupten hier. Hier ist halt gleich mal sowas von gar nichts. Äh. Oder. Ich gucke trotzdem noch schnell. Hier hinten wäre noch was. Hier. In dem Bereich könnten wir noch. Hier könnten wir noch. Hier könnten wir noch. Und hier könnten wir auch noch. Aber ich würde sagen. Das ist gebongt. Dass wir das hier nehmen. Dann entsteht hier hinten unser. Ja. Lasst es uns doch Köln nennen. Also. Wenn wir halt schon den Kölner Bahnhof haben. Dann machen wir das auch so. Jetzt. Ja. Wir schauen uns den mal an. Wir haben den bei Gebäude. Und dann ist er. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Moment. Das mache ich besser so. Also geladen habe ich ihn. Ich habe ihn auch schon gefunden. Hauptbahnhof Köln Alpha. Da muss man auch noch sagen. Das ist halt eine Alpha Version tatsächlich. Und jetzt gucken wir. Jetzt haben wir hier eine Brückenpfeilerkollision. Ich habe hier. Als ich den Bahnhof mir angesehen habe. Alles durchgetestet. Diese Brückenpfeilerkollision geht nicht weg. Jetzt hatte ich die Idee. Was natürlich eine Möglichkeit wäre. Ach. Das nutzen wir hier sogar. Das hätte ich jetzt fast abgerissen. Dass wir hier mal alles einebnen. Ob dann die Brückenpfeilerkollision weg ist. Ich weiss es nicht. Wir werden es rausfinden. Moment. Hier unten. Den brauche ich. Genau. Dass wir es hier einfach eben haben. Ob dann diese Brückenpfeilerkollision weg ist. Wir werden es gleich wissen. So. Reicht das schon? Ich glaube im groben Jahr. Das müsste flach sein. Ja. Dann ist es weg. Okay. Also man sieht. Der Bahnhof. Der braucht halt tatsächlich einfach eine ebene Fläche. Jetzt. Wie richten wir den aus? Irgendwie wäre es natürlich schon. Ja. Wenn wir das Ganze so haben wollen. Dass wir dann die Brücke noch haben. Dann wäre es eigentlich fast clever. Aber wir würden das hier vorne machen. Oder hier Köln drauf. Hier ist halt dann Kerzenheim sozusagen noch im Weg. Das ist mir fast zu breit hier. Hier vorne wäre der Bahnhof sinniger. Dass wir das Städtchen hier hin machen. Wir haben hier ja auch nichts. Und das hier hinten in Ruhe lassen. Dann haben wir jetzt hier ein Plateau geschaffen. Das ist doch auch okay. Wenn man das hier. Man reiche mir den Bahnhof nochmal. Da haben wir die Brückenpfeilerkollision. Ich weiss jetzt nicht. Auf welcher Seite. Welche Seite geht hier irgendwie über den Fluss? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen. Plus minus so wäre es wahrscheinlich nicht falsch. Aber ihr seht. Wir müssen hier nochmal kurz. Das Ganze plätten. Und das machen wir auch. Jetzt haben wir da gerade noch eine Autosave. Da ist nichts mit plätten. Da muss ich schnell Geduld haben. Habe ich aber natürlich auch. Bin ja ein geduldiger Mensch. Äh. Ja. So. Einmal so. Nicht absetzen mit der Maus Herr Heisenberg. Sonst wird das nicht funktionieren. Und dann haben wir sogar die Stadt halbwegs gerade. Das ist doch auch mal was Schönes. Wenn wir die hier hinsetzen. Bahnhof schnappen. Ja. Ich würde sagen. Plus minus so. Und dann da vorne auf eine Brücke rauf. Vielleicht noch ein bisschen drehen. So. Setzen wir. Ihr seht. Ich habe jetzt hier nichts mehr neu eingestellt. Äh. Wobei. Was macht es denn jetzt? Kann ich noch? Straßen on. Uh. Es reicht nicht. Macht und tut. Moment. Jetzt aber nicht wieder abstürzen spielen. Nicht nochmal. Nein. Hat geklappt. Wir gehen mal raus. Kann ich das wieder konfigurieren noch machen? Ich versuche es mal. Strasse an. Dann haben wir hier eine Strasse. Echt jetzt? Okay. Wir können die Strasse auch selber setzen. Eben. Man darf nicht vergessen. Das ist halt in dem Sinne Alpha. Ist noch nicht fertig. Aber jetzt wollen wir uns den mal in Ruhe ansehen. Würde ich sagen. Sieht schon cool aus. Wie gesagt. Ich kenne halt den Originalbahnhof. In dem Sinne nicht. Muss ich gestehen. Ich bin nicht aus Köln. Aber ich denke gerade so. Eben. 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 Wahrscheinlich schon sagen. Wow. Ja. Okay. Das ist natürlich schon sehr, sehr nett. Gut. Ich hoffe. Und sonst ist es auch egal. Dass ich das jetzt richtig gemacht habe. Dass das hier Richtung Fluss guckt. Und hier dann die Stahlbrücke wäre. Ich kann euch aber mal schnell zeigen. Mit einem Gleis. Mach mal Gleis. Wenn wir hier rüber gehen. Es ist egal was für ein Gleis. Es geht nur darum, dass wir hier eine Brücke haben. Es gibt die Kölner Brücke. Aber bei mir. Interessanterweise. Ist das hier sogar? Ne. Das ist die Mountain Creek. Berlin. Berlin. Hier haben wir Köln. No Pillars. No Sight. 1000 kmh. Okay. Das ist dann eher schnell. Da sieht das halt so aus. Das ist nicht die Brücke, die ich kenne. Ich würde deswegen das Ganze tatsächlich anders machen. Und die Brücke schnappen. Die so aussieht. Wenn ich sie finde. Wo hatten wir die denn? Moment. Ich kann ja mal den Bahnhof vielleicht hier runter lassen. Den brauchen wir jetzt nicht zwingend. Jetzt habe ich ihn schon wieder. Wie kriege ich denn jetzt den Bahnhof von der Angel? Oder ich finde jetzt einfach die Brücke. Das wäre sicher auch was. Vielleicht bei allen? Das ist meistens hilfreich. Stahlbrücke. Hier. Und zwar. Jetzt haben wir die ertragen. Dann ist der Bahnhof weg. Komm. Wir machen nochmal die 8. Wir haben hier so viele Gleise, die rauskommen. Anzahl der Bögen gerne. 4 sind zu viele. 3. Und dann bringen wir das hier mal irgendwie so an. Macht das Sinn? Vielleicht erst die Gleise da hinführen. Ne. Ich würde tatsächlich erst die Brücke bauen. Und gucken, dass wir mit den Gleisen reinkommen. So dass das mal ungefähr stimmt. Das haben wir. Und jetzt. Warum nicht hier gleich nochmal? Dass wir das irgendwie so nochmal hier hinsetzen. Aber das muss halt irgendwie genau sein. Sonst haben wir dort irgendwie. Andocken geht glaube ich nicht. Ne. Sonst haben wir dort dann irgendwie so komische Kurven. Ich denke mal das müsste aber klappen. So. Wir wollen ja auch nicht Köln nachbauen. Aber ich möchte halt irgendwie. Ja. Die Idee von Köln sozusagen aufnehmen. So. Dann schauen wir mal. Kriegen wir hier Gleise ran. Das machen wir. Bevor wir die Stadt bauen. Werden wir jetzt hier gucken. Dass wir den Bahnhof natürlich so weit haben. Dass das Sinn macht. Was wäre dann hier da rein? Oh. Das scheint schon eher tricky zu sein. Ich habe hier schon ein Gleis. Jawohl. Sag mal. Möchte ich gerade nicht? Was ist denn jetzt hier los? Das ist doch meine Stahlbogenbrücke. Die funktioniert doch normalerweise. Trotzdem bauen wir. Ich möchte hier andocken. Jetzt geht es. Okay. Komme ich dann hier rein? Bühne. Bühne. Das ist irgendwie alles zu wenig hoch. Und so weiter. Das ist natürlich schade. Was reißt noch jetzt ab? Wie baue ich denn das am besten? Das geht so tatsächlich nicht. Wir sind hier. Wenn wir hier gucken. Ja. Hier sehen wir es. Wir sind hier viel zu. Viel zu. Tatsächlich viel zu. Äh. Hoch. Also das nochmal weg. Das auch nochmal weg. Und dann machen wir das nochmal. Ich muss hier mehr Höhe haben. Gebäudebrücke. Mehr Höhe heisst den hier. Das ist nie ganz einfach. Finde ich. Irgendwie so richtig. So richtig bewegt sich irgendwie der Regler bei mir halt einfach nicht. Manchmal hüpft er dann. Dann hast du da eine andere Höhe. Also wir sind mit dem Bahnhof zu hoch. Haben wir gesehen. Das heisst mit der Brücke sind wir zu tief. Das heisst ich müsste hier doch irgendwie was machen können. Hat jemand sonst noch das Problem? Oder gibt es einen Trick? Weil ihr seht. Da passiert ja gar nichts. Jetzt hüpft es. Okay. Jetzt haben wir irgendwie. Jetzt haben wir Höhe. Dann schauen wir mal ob wir hier so reinkommen. Jetzt muss ich das aber nochmal ausrichten. Halbwegs. Wie war das denn ungefähr? Okay. Vielleicht so. Machen wir es ein bisschen näher hier ran. Dann haben wir ein bisschen mehr Weg fürs Gleis. Einmal so. Und dann machen wir den zweiten aber auch gleich nochmal. So. Können wir wieder abreissen wenn es nicht stimmt. Jetzt müssen wir erstmal gucken dass wir ins Gleis reinkommen. Jetzt habe ich hier aber nicht die Hochgeschwindigkeitsgleise. Das werde ich auch nochmal schnell ändern. Hochgeschwindigkeit. Dankeschön. Sehen wir hat geklappt. Und hier hinten. Das wäre blöd wenn wir es hier nicht hätten. Dann bremst es uns einfach hier. Dennoch gerne Hochgeschwindigkeit. Passabene. Muss ich glaube ich nochmal bauen. Das ist ein bisschen schief. Ist jetzt aber egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Ganze hier vorne. Mit einem Gleis. Ja geht da rein. Geht auch oder. Hier hinten rein. Funktioniert ebenfalls. Die Frage ist halt ein bisschen welche Gleise wollen wir wo nutzen. Wir hätten hier dann welche. Hier welche. Und dann den Rest müssen wir halt dann mit Weichen machen. Jo. Ich würde es nicht so machen. Ne. Dann würde ich tatsächlich die beiden mal lassen. Und mit dem Gleis. Da rein. Mit dem Gleis hier rein. Mit dem würden wir dann dort andocken. Und würden hier zurück gehen. Und würden mit dem da andocken. So einmal diesen. Und ich. Oh das geht so nicht. Moment. Das ist schon eine Brücke. Ja nicht. Dass wir da irgendwie komisches Gehänge haben. Oh da komme ich aber so nicht mehr raus. Wir könnten natürlich auch ein Gleis haben. Was. Wie soll ich sagen. Was auf der Seite nicht raus geht. Wir haben ja noch auf der anderen Seite die Ausfahrt. Aber ich finde es gerade irgendwie. Ne. Den Bahnhof möchte ich nicht abreißen. Ich finde es gerade komisch. Guck mal. Das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Weil das hier gekrümmt ist. Und das habe nicht ich gekrümmt. Das ist der Bahnhof. Das ist aber egal. Dann lassen wir das bleiben. Mit dem Gleis. Dann ist das sozusagen einfach. Ein. Ja. Ein Gleis. Ein Abstellgleis. Wenn man so will. Weil das geht dann wieder. Oder auch nicht. Wenn wir es von hier her kommen. Docken wir an. Jawohl. Dann funktioniert es wieder. Einmal so. Einmal hier runter. Ja. Wir hätten fast genug Gleise. Guck mal. Das hier haben wir noch. Das ist im Prinzip. Oder die beiden hier oben sind. Noch. Das ist doch nicht. Irgendwie. Das ist im Moment. Das nehme ich nochmal weg. Das hängt doch nicht schön zusammen hier. Machen wir das so. So. Jetzt hoffe ich. Ich komme da nochmal rein. Jawohl. Und hier müsst ihr ja nochmal reinkommen. Jawohl. So. Dann nehmen wir die. Ja. Das können wir ja so machen. Tatsächlich. Wenn es denn funktioniert. Da rein. Mhm. Ist okay. Und das gibt hier noch eine weiche. Eine fröhliche. Und dann werden wir das hier noch aktivieren. Dann haben wir das auch. Gut. Das wäre also. Wenn ich es dann mit der Kamera noch hinkriege. Unser Kölner Bahnhof in der Alpha. Hier mit dieser schönen Brücke. Ja. Die andere Brücke. Wie gesagt. Die funktioniert halt in dem Sinn nicht. Ihr habt es ja gesehen. Zumindest bei mir nicht. Wir haben dort den Bogen. Diese Bogen hier oben nicht. Oh. Aber da freue ich mich schon. Bis da ein Zug reinfährt. Heieiei. So. Jetzt muss ich aber den hier nochmal schnell kappen. Wisst ihr was jetzt natürlich wieder ganz cool ist? Ihr ahnt das wahrscheinlich eh schon. Wenn ihr hier öfters zuguckt. Genau. Ich habe wieder keinen Plan mehr. Wie lange die Folge schon dauert. Weil es halt abgestürzt ist. Ich mache mal noch. Das hier. Was wir hier dazwischen haben. Ist das okay so? Das können wir so machen. Was haben wir hier? Hier machen wir frechen Damen. Da machen wir gar keine langen Sachen. Hier ist Damen Ahoi. Der hier. Zack. Sehr schön. Einmal rüber. Da habe ich da den Damen. Jawohl. Das wird dann tatsächlich gleich übernommen. Aber das falsche Gleis. Wir wollen hier rein. Wir wollen hier rein. Wir wollen hier rein. Jetzt muss ich schnell überlegen. Abgestürzt ist es irgendwie glaube ich bei 12 Minuten. Ja. Dann hat es glaube ich aber wieder geladen. Bis fast 20. Das heisst da wären 8 Minuten. Jetzt sind wir bei 45 Minuten. Öh. Kann es sein, dass die Folge doch schon ein bisschen läger dauert. Okay. Ich glaube wir sind tatsächlich durch mit der Folge. Dann werden wir hier morgen weiterbauen. Also ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Mir gefällt das sehr gut so. Und mit dem Bahnhof sowieso. Und dann werden wir morgen gucken, dass wir hier Köln raufsetzen. Und da führt dann tatsächlich schon eine Strecke durch die Stadt. Guck mal. Hier sind ja doch schon Züge unterwegs. Gut. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir Köln bauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020